Die Liebesgeschichte von Florian Silbereisen und Beatrice Egli hat viele Höhen und Tiefen erlebt. Doch vor kurzem ereignete sich ein Vorfall, der die Beziehung des Paares auf eine harte Probe stellte, Florian wurde schwer krank und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Beatrice wich nicht von seiner Seite und pflegte ihn aufopferungsvoll. Die Diagnose des Arztes und die emotionale Reaktion von Beatrice rührten viele Menschen zu Tränen. Es war ein gewöhnlicher Tag, als Florian plötzlich über starke Schmerzen und Unwohlsein klagte. Beatrice, die sofort die Ernsthaftigkeit der Situation erkannte, brachte ihn unverzüglich ins Krankenhaus. Ich konnte sehen, dass etwas nicht stimmte, erzählte Beatrice später. Florian ist normalerweise sehr stark und klagt nie, deshalb wusste ich, dass es etwas Ernstes sein musste. Die erste Nacht im Krankenhaus war besonders schwierig. Florian wurde sofort in ein Einzelzimmer gebracht und an verschiedene Geräte angeschlossen, und seine Vitalwerte zu überwachen. Beatrice saß an seiner Seite, hielt seine Hand und sprach ihm Mut zu. Ich werde immer bei dir sein, Florian, flüsterte sie. Wir werden das gemeinsam durchstehen. Am nächsten Morgen kam der behandelnde Arzt und Beatrice und Florian über den Zustand zu informieren. Herr Silbereisen leidet an einer schweren Infektion, die sich auf seine inneren Organe ausgebreitet hat, erklärte der Arzt ernst. Wir müssen ihn intensiv behandeln und genau überwachen. Beatrice war fassungslos und Tränen liefen ihr über die Wangen. Was können wir tun? fragte sie verzweifelt. Der Arzt antwortete, wir werden unser Bestes tun, aber es wird eine schwierige Zeit für ihn. Er braucht jetzt viel Ruhe und Unterstützung. Beatrice wich nicht von Florians Seite. Sie verbrachte jede Nacht im Krankenhaus, schlief auf einem Stuhl neben seinem Bett und wachte über ihn. Ich konnte nicht anders, sagte sie. Ich liebe Florian so sehr und wollte sicherstellen, dass er weiß, dass ich für ihn da bin. Die kranken Schwestern und Ärzte waren beeindruckt von Beatrice Hingabe und berichteten, wie sie ihm unermüdlich half, sich besser zu fühlen. Trotz der schweren Krankheit zeigte Florian einen beeindruckenden Kampfgeist. Ich habe so viel Unterstützung von Beatrice und den Ärzten bekommen, sagte er schwach, aber entschlossen. Ich werde nicht aufgeben. Beatrice ermutigte ihn ständig und erinnerte ihn daran, wie stark er sei. Du bist mein Held, Florian, sagte sie oft. Wir werden das gemeinsam schaffen. Die emotionale Belastung war für Beatrice enorm. Sie weinte oft, wenn sie allein war, und betete, dass Florian wieder gesund wird. Es war so schwer zu sehen, wie er leidet, gestand sie. Aber ich wusste, dass ich stark sein musste, um ihn zu unterstützen. Die gemeinsame Zeit im Krankenhaus stärkte ihre Bindung und zeigte, wie tief ihre Liebe wirklich ist. Nach mehreren Tagen intensiver Behandlung gab es endlich gute Nachrichten. Der Arzt teilte mit, dass Florian auf dem Weg der Besserung sei. Die Medikamente wirken und seine Werte verbessern sich langsam, sagte der Arzt. Es wird noch eine Weile dauern, aber wir sind optimistisch. Beatrice brach in Tränen aus diesmal vor Erleichterung und Dankbarkeit. Ich wusste, dass du es schaffst, sagte sie zu Florian, während sie seine Hand hielt. Nachdem Florian sich weiter erholte, durfte er schließlich nach Hause zurückkehren. Beatrice sorgte dafür, dass alles für seine Ankunft vorbereitet war und kümmerte sich liebevoll um ihn. Es ist so schön, wieder zu Hause zu sein, sagte Florian. Ich hätte es ohne Beatrice und die unglaubliche Unterstützung der Ärzte nicht geschafft. Die Nachrichten über Florians Krankheit und Beatrice Hingabe verbreiteten sich schnell. Fans aus aller Welt schickten Genesungswünsche und drückten ihre Bewunderung für das Paar aus. Ihr seid so stark und eure Liebe ist inspirierend, schrieb ein Firma auf Instagram. Wir beten für Florians vollständige Genesung. Die schwere Krankheit von Florian Silbereisen und die aufopferungsvolle Pflege von Beatrice Egli haben gezeigt, wie stark und tief ihre Beziehung wirklich ist. Trotz der Herausforderungen und emotionalen Belastungen haben sie bewiesen, dass ihre Liebe unerschütterlich ist. Ihre Geschichte ist ein bewährendes Beispiel für die Kraft der Liebe und die Bedeutung von Zusammenhalt und Unterstützung in schwierigen Zeiten. Die Fans können sich darauf freuen, die inspirierende Liebesgeschichte des Paares weiter zu verfolgen und mehr über die besonderen Momente zu erfahren, die ihre Beziehung so einzigartig machen.